Ihr dürft dahin, ihr dahin, und ihr dahin. Es sollte eigentlich... Ich will diese verdammten Ampel nicht mehr sehen, das ist unglaublich. Ich sag mir nicht, dass ich hier auch noch... Nee. Gut, keine Ampeln mehr. Jetzt bricht die Hölle an dieser Kreuzung los, aber das ist gewollt. Das ist gewollt. Tatsächlich. Ihr habt dedicated... Das heißt, ihr könnt immer reinfahren. Das mit der Ampel... Ich... Ich hatte es nicht dran gedacht, weil das... Ah, das ist auch immer nur bei diesen großen, mehrspurigen... Ah. Und immer... Immer, wenn man eine neue Straße dran baut. Wobei, das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen, weil... Obwohl, ich habe die geändert, ne? Auf beide Richtungen, dann gibt es eine Ampel da rein. Weil, wenn wir nur Einbahnstraßen abführen, gibt es keine Ampel. So. Oh, oh, da hat einer einen Zug bekommen. Da bekommt einer jetzt Züge. Okay, jetzt bekommt der weniger. Und der gerade gar nicht mehr? Ich meine, nicht, dass der auch mal Ruhe hat, aber... Hm. Gut, jetzt haben wir... Ein... Ein... Ein Biegender, geradeaus, drei rechts. Okay, warum nicht? Warte, warum sind hier nur... Habe ich... Ach, habe ich hier irgendwas festgelegt? Abgesehen von dem habe ich doch nichts festgelegt. Das heißt... Ja gut, dann können sie sich hier schon eine Lane aussuchen, wo sie hier sich dann verteilen wollen. Okay. Sollte jetzt auf jeden Fall das Verteilungsproblem ein bisschen behoben haben. Habe ich ihn davon, dass der jetzt kein Scheiß mehr dazu... Keine blöden Züge bekommt. Äh... Ähm... Okay. Obwohl, ich kann ja weiterlaufen lassen. Der wird... Der bekommt ja eh gerade keinen Zug. Ach, für Gott's sake. Erstmal du... Und dann... Turn... Bis dahin... Bis dahin... Und turn hier runter. Und du... Dass das nicht funktioniert. What? Okay. So, jetzt funktioniert's. Denk mich doch. Oh, der war... Du bist ja erst da, ne? Einfach, dass die die Möglichkeit haben, direkt da reinzufahren, ohne Probleme. Das wird... Entweder ein Verkehrschaos auslösen. Oder nicht. Aber Hauptsache, da kommen mal Züge an den... Für den an. Dass der auch verteilen kann. Und dann... Und dann... Das ist das... City Service, hä? Einmal Müllabfuhr. Hm... Hm... Jo... Nochmal Müll hervor. Hm... Hm... Ja, werden sich auch wieder Züge finden. Hoffe ich zumindest. Hm... Der kriegt immer noch am meisten. Ist der Hammer. Stehen ein paar leer. Aber so langsam... Scheint sich selbst in den Griff zu bekommen. Oh, oh... Die warten da allesamt. Warten in zwei Straßen. Oh, man. Hab die Vorfahrtsregel da... Ich hab das jetzt zur Vorfahrtsstraße gemacht, ne? Machen wir es mal raus Das interessiert da eh nicht Machen wir es mal raus Und hoffen, dass das vielleicht Ein bisschen die Sache entspannt Wobei, das sind auch wieder nur die LKWs zurück Vermute ich Praktisch könnte es natürlich sein Dass die noch woanders hinwollen Oh shit Und hier Nada Nichts Gar nichts Von LKWs Warum wird der denn jetzt nicht Mehr angefahren Er ist doch immer noch Strategisch Und streckentechnisch am günstigsten Ich meine Was ist das überhaupt Ach nö Maßig LKWs Warum ist es für den Zug günstiger hier hin zu fahren Und die LKWs dann hier runter Und hier rein zu schicken Das ist doch Blödsinn Lass doch hier den Zug ankommen Lass die da hinfahren Wir sehen davon, dass das echt steil ist Kann ich das irgendwie Kann ich das irgendwie Was ich selbst so bauen will Aber ich kann es nochmal ein bisschen Was ist denn Hä? Hä? das ist nur noch die verteiltstraße ich kann wenn ich die spawning nicht anhaben hätte kommt so viel zeug raus aber ich habe irgendwie das gefühl dass ich die alleine draußen mal muss dass das funktioniert von der menge an lk ist ja das ist schon nicht gut überhaupt nicht gut ich hasse diese zugverteilung es war nicht der plan das war nicht der plan ich verstehe es einfach nicht da war es ja zwei bahnhöfen auf einmal mit einer komplett rausgenommen warum auch immer vor allem wird der viel heftiger angefahren als alle anderen aber sie fahren alle nur hier rein tatsächlich und die verteilen sich sogar noch mehr aber haben weniger rücklauf und die beschleunigung geändert gehabt bei den ganzen wagen hat er es nicht gespeichert was wir da oder hatte ich da einfach die beschleunigung nicht geändert gehabt ich meine die geschwindigkeit hat er er hat auch 12.000 16 12 okay was nehmen wir hier dass wir den verkehr runter kriegen dass einer sagen wir gut wir haben einen sagen wir einer kann einer kann 10.000 annehmen würde sind ja geben dann würde ich sagen drei läden drei läden wären für jeden wagen eigentlich machbar dann stimmen zwar die zahlen hinter und vorne nicht mehr aber warum hat er überhaupt gar keine gehabt warum hat er überhaupt gar keine gehabt oh ich habe welche übersehen gehabt tatsächlich gehe ich gehe ich mal von aus ich war schon zu weit repaint 233 das ist ja dann nur für die die autobahnen sowieso wo dann unbegrenzt ist natürlich echt krass wenn er das nicht wenn sich das speichern will die werte kann man theoretisch 9 und gedrückt halten bis der computer sich beschwert nehme ich mal an also es sollte bis oben offen also man könnte truck mit einer millionen lade kapazität machen der kann 100 läden anfahren ob das dann der sinn ist ich bin vorm an naja wie man eben will ich bin 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 weiß nicht ob ich den unbedingt noch ändern muss auf die beschleunigung aber sicher ist sicher wenn der anhänger keine 200 mitmacht probleme ich habe einige trucks car transporter ich glaube den hatte ich geändert ich glaube mit denen hatte ich schon oder hatte ich nur ich glaube ich hatte nur trucks geändert trucks gesucht und dann nur trucks geändert 100 prozent sicher oder ich hatte irgendwas keine ahnung mann ich bin ja nicht mal es dauert noch einen moment bis ich die alle habe in der zwischenzeit steigen meine leute tatsächlich das ist interessant können wir auch sind züge angekommen wunderbar wunderbar das ist doch alles was ich mir erhofft habe alles was ich mir erhofft habe ja hier sind jetzt ein paar mit denen schon gearbeitet habe aber da habe ich nicht mehr alles verändern ich hatte ja mal einfach nur die kapazität straight up verdoppelt habe ich aber nicht hier das gerne es macht ja schon unterschied ob du mit 100 unterwegs bist oder mit 200 maximum wo du es eben darfst ne wieder die sache also das sterben müsste ich eigentlich mittlerweile unter kontrolle haben da bin ich mir relativ sicher dass ich das jetzt einigermaßen unter kontrolle habe dass sie da nicht wahnsinnig werden mit ihrer sterberei und ich das nicht auffangen kann also ja ja es ist ermüdend und vor allem wenn man das so sieht ich ich habe vielleicht 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 ein fünftel bearbeitet gehabt von all den fahrzeugen die transport fahren ohne den ganzen und der rest ist alles noch mit standard umgefahren das ist ein bisschen ja ja ich meine man könnte ein config file haben aber ist dann auch wieder ne viele 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 und viele bekommen doch noch ihre produkte nicht und das obwohl auf drei bahnhöfen jetzt produkte reinkommen das ist schon ein bisschen heftig schon ein bisschen heftig mal dass die aussehen polnisches baustellen auto dass man runter gekommen ist sehr interessant ich meine man könnte dann aus spaß dann immer mal sagen man verfolgt ein ein bisschen komisch fährt immer noch hinter den lkw ist ja er müsste jetzt mal gucken müsste wissen wie schnell der tatsächlich da fährt dann könnte man vielleicht sagen was los ist jetzt bin ich mal gespannt ha ich bleibe hängen mal hier folgen bei dem wagen 2 3 3 einfügen auch der ist groß jetzt steht er in der warteschlange das ist ein geschlossenes system ok ok zum glück speichert er sich das ice cream truck auch wenn er kein lieferwagen ist der wird jetzt auch ich weiß nicht 30.000 pf. oder so mitnehmen können ach der ist da gucken wir doch mal da ist auf der autobahn einig überholen ihn er überholt einigen auch interessant die stelle müsste ich noch mal nach das sind 200 fliegt bald aus der kurve ach ja 90 wo das ist das können wir nicht zulassen auch der betonmischer 200 ich würde aber behaupten wenn die selbst nehmen jetzt haben wir jetzt folgen wir einen betonmischer wenn die auf dem highway schon kurven haben und darf was rausfliegen ok dedicated turning lane und er fährt quer durch die turning lane ist so von wegen ich ignoriere alles und fahr sehr interessant na der hat gerade und wir haben ihn verloren nach da habe ich entschatz erst und wir haben einen schütten so ein shell truck das ist natürlich interessant oh guck mal da kann man doch so und man so einem kipper folgen wird er voll ich glaube der wird nicht voll animiert ok was soll's machen wir mal hier weiter das sieht doch eher aus wie ein wohncamper so einer von den ganz teuren das teuerste vom teuersten mit der eingebauten lambo-garage die du mitfährst so spielereien das sieht doch aus wie ein wohnsam ja 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 sowas kostet nerven ja ja ja